Musik Komm mit uns zurück in die verrückte Welt der 70er und 80er Jahre Ein Flashback der Besonderheit Viel Spaß bei den nächsten 10 Minuten Nostalgie Komm, komm mit mir zurück Lass uns ein Mickey Mouse Heft kaufen oder eine Bravo Wie wär's mit Cash-Lollis oder gar einen Schaumkuss Keine Generation nach uns hängt so an ihrer Kindheit So an ihren Spielsachen, ihren Fernsehserien und ihren Hörspielen Ist euch das schon mal aufgefallen? Musik Der Zauberwürfel, was sind wir an dem verzweifelt? Ja, und Aerobic war irgendwie allgegenwärtig Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Die Versandhauskataloge waren unsere Bibeln, besonders zur Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Es durfte gerne und viel bunt sein in den 70ern. Bunte Kleider, bunte Röcke, bunte Rollis, bunte Lollis. Na, wer wird denn gleich in die Luft gehen, mein Freund? Musik Wir Kasseppenkinder, ah, was waren wir für eine coole Generation. Musik 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 Das obligatorische Comic zum Soonkist ist ja wohl ein Muss. Übrigens, wir sagten nie Sandkist. Nein, wir sagten Soonkist. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Legendäre Fernsehsendungen, die uns bis heute noch im Kopf sind. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und immer schön retro bleiben.